ja hallo liebe campingfreunde heute habe ich euch mal ein ganz besonderes problemchen mitgebracht wir waren ja auf unserem auf unserem in unserem urlaub auf dem campingplatz der luttenberg und ja da ist unsere batterie ein bisschen heiß geworden habe über das panel bei hobby gibt es so ein panel ich weiß nicht ob es bei den anderen wohnwegen auch sowas gibt dieses panel hier das leuchtet jetzt nicht mehr weil ich habe die batterie abgeklemmt und dieses panel hat mir nämlich vorher gezeigt dass unsere batterie immer so temperatur zwischen 50 und 55 grad hatte unsere batterie ist vorne im buggasten also hier gut verstaut jetzt offen gemacht das sieht man jetzt hier habe ich hier die pole abgenommen man sieht vielleicht auch ich weiß nicht vielleicht hängt es damit zusammen dass die pole hier so ein bisschen wie nennt man korrodiert oder sowas habe jetzt auch nicht so die wir jetzt kein techniker oder sowas nicht von allem die ahnung hat mir jetzt auf jeden fall einen termin in der werkstatt gemacht die gucken sich den ganzen spaß einmal an ich gehe mal davon aus dass darauf hinauslaufen wird dass wir uns eine neue batterie kaufen können ist eine agm 95 amperestunden batterie ja und wie ist das ganze passiert naja gewisse dinge habe ich vielleicht nicht ganz so in frage gestellt weil normalerweise klar baut man vielleicht im winter so eine batterie aus oder kennt sie ab oder sowas bin ich mal davon ausgegangen wenn ich über das panel eben alle verbraucher abstellen dass eben diese art der tiefen entladung nicht passieren kann falsch gedacht da habe ich ein bordbuch geguckt da steht dass die batterie eben an sich ein trennschalter hat den habe ich vergebens gesucht und ich gefunden ich bin mal gespannt was sie mir in der werkstatt erzählen werden habe aber auch direkt darum gebeten dass man mir so ein trennschalter dann einbaut weil wir benutzen unseren wohnwagen ja auch im winter und ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen bock ständig die batterie rein und rauszuschleppen naja falls ihr irgendwelche erfahrungen gemacht habt dann könnt ihr das mal gerne drunter kommentieren ich weiß schreibt mir nicht wie dumm ich bin das hätte logisch sein müssen das scheiß ding einfach auszubauen aber es ist wie es ist eben mal gespannt was der spaß dann kostet machen wir mal sehen habe ich noch ein ganz anderes problem entdeckt also im moment tun sich so die ein oder anderen baustellen auf an unserem hobby 560 kmf ich bin nicht unzufrieden aber naja nervig ist das schon ich habe da mich schon an die werkstatt gerichtet mit fotos und so weiter und wenn ich jetzt sowieso wegen einer anderen sache da einmal hinfahren muss gucken sich das auch noch mal an zeige ich euch jetzt mal und zwar hier ist ja unsere essgruppe in der mitte und vielleicht erkennt man das schon aus der entfernung also das fenster ist jetzt gerade zu hier sieht man noch den riegel wie er hier so sitzt in der mitte sitzt der regel etwas anders da sitzt er nämlich ja nicht mehr ganz so dolle eben so ein bisschen hier oben auf und das kann jetzt natürlich von innen nicht sehen aber von außen die scheibe ups jetzt fliege ich jetzt noch fast auf die schnute ja die scheibe ist von außen etwas nach außen gewogen habe jetzt ein paar foren gelesen das ja das wo kein einzelfall ist bin ich mal gespannt ob das ein garantiefall ist aber ich werde euch definitiv in kenntnis setzen wenn ich da informationen zu habe naja ich zeige euch das mal noch mehr eben schnell von außen damit ihr wisst wovon ich spreche also hier komme ich direkt mit meinem dicken finger komplett dahinter und wenn ich jetzt hier lang gehe dann wird hier schmerzhaft weil hier komme ich nicht mehr hinter mit meinem dicken finger also hier ist jetzt schön nach außen gebogen kleines hobby große baustelle oder großes hobby kleine baustelle egal ihr wisst was ich meine bis dahin gute reise gute witterung